Wie entscheide ich, wer bei uns ins Team passt? Auch da ist die menschliche Komponente eigentlich der ausschlaggebende Wert, weil einfach ein Team, aus einem Team entsteht eben dann die Kraft, etwas Neues in die Welt zu bringen, ein Startup zu gründen, eine Produktvision oder generell eine Vision in die Welt zu bringen, das entsteht meistens daraus, dass ein Team zusammenwächst, sich gut versteht und ich glaube, das ist eines der elementarsten Kriterien, passt dieser Mensch zu uns ins Team und möchten wir langfristig mit dem zusammenarbeiten.